Hallo Leute, mein Name ist Rachel und ich möchte euch mein großes Geheimnis verraten. Die meisten Menschen hassen Schmerzen, richtig? Wenn sie sich den Zeh stoßen oder in den Finger schneiden, sagen sie Aua und schütteln die schmerzende Stelle wie verrückt. Ich habe das schon bei anderen Leuten gesehen, meine Mutter zum Beispiel, denn sie ist die tollpatschigste Person überhaupt. Aber ich bin nicht wie die meisten Menschen. Ich bin ein Masochist, das bedeutet, dass ich Schmerzen mag. Ja okay, ich weiß, es klingt falsch. Aber für mich fühlt es sich einfach gut an. Es begann alles, als ich zehn Jahre alt war. Ich war ein ungezogenes Kind, malte auf Wände, warf Steine gegen das Fenster meiner Nachbarn und fluchte viel. Einmal war ich im Zimmer meiner Eltern und durchsuchte ihre Sachen, als ich die silberne Lieblingshalskette meiner Mutter sah. Sie war so hübsch. Und wie eine Älster, die von glänzenden Dingen angezogen wird, konnte ich nicht widerstehen, sie zu nehmen und anzuprobieren. Dann kam Mama herein und keuchte, als sie mich sie tragen sah. Was glaubst du, was du tust, junge Dame? Nimm sie sofort ab! Nein, sie gehört mir! Ich klammerte mich daran. Mama wurde wütend und schrie, ich sei ein widerliches Kind. Das machte mich wütend, also riss ich die Halskette ab, wodurch die Kette rieß. Dann warf ich sie an den Hals und sagte, hier, nimm sie doch! Mama sah rot und schlug mich hart ins Gesicht. Ich spürte den Schmerz, also rannte ich in mein Zimmer. Es tat weh, aber es fühlte sich irgendwie aufregend an. Ich war zu jung, um es zu verstehen. Alles, was ich damals wusste, war, dass ich es aufregend fand. Mama kam in mein Zimmer und entschuldigte sich bei mir. Es tut mir sehr leid, dass ich dich geohrfeigt habe. Kannst du mir jemals verzeihen? Ich lächelte schnell und sagte, sicher, ist schon in Ordnung. Es überraschte sie, da ich normalerweise nicht so leicht nachgab. Ich beschloss, mich wieder in Schwierigkeiten zu bringen, um zu sehen, ob mir der Schmerz nur einmal gefallen hatte oder ob er es wieder tun würde. Ich ging in die Küche, schnappte mir einen Teller und zerschlug ihn. Meine Eltern waren wütend auf mich. Vor allem, als ich mit den Achseln zuckte und ihnen sagte, ich hätte es getan, weil mir einfach danach war. Mein Vater griff nach seinem Gürtel und schlug mir damit auf die Hand. Anstatt die normale Kindersache zu machen und zu weinen, lächelte ich. Mein Vater sah mich sehr seltsam an. Dann fragte er mich, was los sei. Gar nichts. Ich glaube, ich mag einfach das Gefühl des Schmerzes, antwortete ich, als ob es keine große Sache wäre. Sie waren so geschockt, dass meine Mutter fast ohnmächtig wurde. Sie sah mich wie ein Monster an und trat einen Schritt zurück, während ihr die Tränen aus den Augen flossen. Sie überreagierte total. Mein Vater war überzeugt, dass ich definitiv krank war und sie brachten mich sofort ins Krankenhaus und verlangten, dass ich sofort einen Arzt aufsuche. Es dauerte nicht lange, bis der Arzt herausfand, was mit mir los war. Nein, ich war nicht krank. Ich war ein Masochist. Danach haben mich meine Eltern nie wieder geschlagen. Stattdessen nahmen sie mir beim schlechten Benehmen mein Telefon oder meine Spielkonsole weg. Sie sagten mir, ich solle niemandem sagen, dass ich Schmerzen mag, da andere Leute das nicht verstehen würden. Ich war nicht dumm. Ich hatte bereits herausgefunden, dass andere Leute es einfach nicht verstanden. Es gab einige Gelegenheiten, bei denen ich meine Vorliebe für Schmerzen beinahe aus Versehen preisgegeben hätte. Einmal habe ich versehentlich mein Schließfach geschlossen, während meine Hand noch drin war. Ich habe fröhlich gequietscht und bin herumgesprungen. Einer meiner Freundinnen kam zu mir und fragte, geht's dir gut? Ich sagte ihr, dass es mir gut ging. Ich musste nur den Schmerz verarbeiten. Dann stritt ich mich einmal in der Schulkantine mit diesem Mädchen namens Britney, die sich für was Besseres hielt, weil sie eine Cheerleaderin war, wo sie doch nur ein fieses Mädchen und dazu scheiße bei den Routinen war. Sie kam auf mich zu und fing an, mich zu beleidigen. Es war mir egal, da es mich erregte, wenn Leute mich niedermachten. Aber ich tat so, als würde ich wütend werden und warf meinen Schokoladenpudding auf ihr Cheerleader-Outfit. Sie flippte aus und stürzte sich auf mich. Sie fing an, mich zu würgen. Ich spuckte sie an und sagte, drück doch fest dazu. Sie hielt an und sagte mir, ich sei verrückt. Dann stürmte sie davon. Die anderen Kinder schauten verwirrt zu. Dann fragte mich meine Freundin, ob es mir gut ging. Ich rieb mir die Augen, um sie rot zu machen und tat so, als wäre ich traurig. Die Dinge änderten sich, als ich Stanley traf. Er arbeitete im örtlichen Café. Einmal wollte ich gerade das Übliche bestellen, aber er hatte es schon für mich vorbereitet. Und neben meinem Getränk reichte er mir auch eine Serviette mit seiner Nummer drauf. Wir fingen an, miteinander zu reden und wenige Wochen danach waren wir offiziell ein Paar. Ich war so aufgeregt, aber auch besorgt. Stanley wusste nichts von meiner Liebe zum Schmerz und ich wusste nicht, wie ich es ihm sagen sollte, da ich ihn nicht verschrecken wollte. Einmal war ich bei ihm und habe aus Versehen mein Glas Wein umgeworfen und mir dabei in die Hand geschnitten. Ich bin nicht zusammengezuckt oder so, sondern habe nur gelächelt. Mein Verhalten verwirrte Stanley und als er meine Hand säuberte, wusste ich, dass ich ihm mein Geheimnis verraten müsste. Ähm, Stanley, ich muss dir was sagen. Ich bin Masochist, was bedeutet, dass ich einen Kick davon bekomme, Schmerzen zu empfinden. Sein Mund stand weit offen. Ich weiß, ich hätte das nicht sagen sollen. Jetzt wird er denken, dass ich spinne. Aber überraschenderweise sagte er schließlich, naja, schon gut, du bist einfach du selbst. Das ist es, was dich besonders macht. Dann beugte er sich vor und küsste mich. Wahnsinn! Ich wusste, dass er besonders war, aber ich wusste nicht, wie besonders. Ich hatte mich in den perfektesten und verständnisvollsten Mann aller Zeiten verliebt. Ein paar Wochen später war ich bei ihm zu Hause und wir sahen uns einen romantischen Film an, als ich ein Klopfen an der Tür hörte. Stanley öffnete sie schnell, in der Erwartung, es wäre der Pizzalieferant. Aber nein, stattdessen weiß Britney, das Mädchen, das einen Streit mit mir angefangen hatte. Warum war sie zu Stanley nach Hause gekommen? Was macht sie hier? rief sie. Es war so verwirrend, also fragte ich Stanley, was los war. Es stellte sich heraus, dass Britney seine Ex-Freundin ist. Das war schockierend. Wie konnte er nur mit dieser Tussi ausgehen? Britney fing an, uns anzuschreien. Sie sagte einige ziemlich schreckliche Dinge, aber ich lächelte sie nur an. Dann hob sie einen Foto-Rahmen auf und schleuderte ihn auf mich. Er schlug mir ins Gesicht. Es tat weh, aber ich lachte nur, was sie noch wütender machte. Ich werde dich umbringen, du Freak! rief sie und stützte sich auf mich. Stanley packte sie an der Taille und zog sie aus dem Haus. Dann schloss er die Tür ab und rief die Polizei, um sie anzuzeigen. Er fragte mich, ob es mir gut ging. Mir ging es gut. Tatsächlich war es eine angenehme Erfahrung gewesen. Mir war schwindelig und ich kicherte. Britney geriet in ernsthafte Schwierigkeiten. Sie geht mir jetzt aus dem Weg, denn sie weiß, wenn sie sich noch einmal mit mir anlegt, wird sie mit einer einstweiligen Verfügung enden und die Schule wechseln müssen. Es überrascht mich nicht, dass ich seitdem keinen Ärger mehr mit ihr hatte. Abgesehen von den seltsamen, wütenden Blicken. Aber was soll's. Danke, dass ihr euch meine Geschichte angehört habt. Vielleicht mag ich Schmerzen und ich weiß, dass es seltsam ist. Aber das spielt doch keine Rolle, oder? Was haltet ihr von meiner Geschichte? Fühlt ihr Schmerzen auch so wie ich? Bitte hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich, euch zu lesen. Ich freue mich, euch zu lesen.